Gehen Sie und verkünden Sie ihnen, was Sie hier gelernt haben. In den nächsten Tagen wird es weitere Lektionen geben. Sie ist von schonungsloser Schönheit, nicht wahr? Freut mich, dass Sie das zu schätzen wissen. Gehen Sie und verkünden Sie ihnen, was Sie hier gelernt haben. In den nächsten Tagen wird es weitere Lektionen geben. Oh ja, so wie Sie alle eines Tages Ihre gerechte Strafe bekommen werden. Dann sage ich, lebe wohl. Wale. Auf bald. Aber das Ausmaß Ihrer moralischen Verderbtheit, Ihrer Verkommenheit? Nippten ist das perfekte Schulbeispiel. Wo fange ich da an? Dass Sie schwach sind und wir stark? Das war ja nichts Neues. Warum hören Sie dann nicht auf zu fragen? Ich denke, Ihre Augen werden mehr sehen, als ich Ihnen je erzählen könnte. Nehmen Sie sich Zeit. Genießen Sie, was Sie sehen. Die Legion ist die Wiedergeburt der Zivilisation. Unsere Kultur basiert auf Tugenden wie kriegerischem Können, Loyalität und Gerechtigkeit. Der Damm wird fallen. Und der Rest des verderbten Westens wird bald folgen. Doch dazu später, zu gegebener Zeit. Legat Lanius, das Monster des Ostens, wird in Kürze eintreffen, um Caesars Truppen anzuführen. Caesar ist die Rettung der Menschheit. Seine Legion ist die Wiederauferstehung der Zivilisation in einem Zeitalter der Finsternis. Was kann ich da sagen? Er ist ein Mann von überragendem Intellekt. Begründer der Legion. Bezwinger von 86 Stämmen. Keine Sorge. Sie werden ihn kennenlernen, wenn Sie ihm dienen. Falls Sie es überleben. Legionäre, wir haben ein Problem. Gehen Sie. Und verkünden Sie, was Sie hier gelernt haben. In den nächsten Tagen wird es weitere Lektionen geben. Für jemanden, der zu den verderbten zählt, sind Sie ungewöhnlich aufgeweckt. Sehr gut. Das sagten Sie bereits. Das sind alle Verbrechen. Wenn Sie das als so schlimm empfinden, greifen Sie uns doch an. Dann werden Sie bald gar nichts mehr empfinden. Gehen Sie. Und verkünden Sie, was Sie hier gelernt haben. In den nächsten Tagen wird es weitere Lektionen geben. Oh ja. So wie Sie alle eines Tages Ihre gerechte Strafe bekommen werden. Dass ich nicht lache. Unsere Hunde zeigen untereinander tagtäglich loyaleres Verhalten als die jämmerlichen Bewohner dieser Stadt. Wenn Sie die verderbten angreifen, töten und ihre Operationen stören, wird das natürlich nicht unbemerkt bleiben. Berichten Sie jedem, was Sie hier gesehen haben. Den Rest besorgt die Legion. Tun Sie, was immer Caesar von Ihnen verlangt. Und wo immer sich die Möglichkeit bietet, töten Sie die Verderbten. Stapeln Sie Leichnam auf Leichnam. Sie tragen das Zeichen Caesars. Das macht Sie zu etwas Besonderem. Wir Frumentari sind etwas Besonderes. Wir sind kampfstarke Soldaten. Gleichzeitig aber auch geübte Infiltratoren und Spione. Ich bin Vulpes in Kulta von Caesars Legion. Ich diene meinem Herrn als Höchster seiner Frumentari. Jeder krampfte die Hand um sein Los und hoffte auf Freiheit. Keiner schritt ein, als seine Liebsten zur Tötung abgeführt wurden. Ich sagte Ihnen, dass bei Illoyalität von Legionären manche bestraft werden und die anderen dabei zusehen. Und dann erklärte ich Ihnen die Lotterie. Ja. Und ich trieb sie im Zentrum der Stadt zusammen. Dort hielt ich Ihnen Ihre Sünden vor, vor allem Ihr illoyales Verhalten. Feige, das allerdings. Sie waren in der Überzahl und trotzdem versuchten Sie nicht ein einziges Mal Widerstand zu leisten. Sie standen da und jeder hoffte nur, dass er verschont bliebe. Jeder dachte nur an sich selbst. Sie standen da und glotzten nur, während ihre Kameraden einer nach dem anderen abgeschlachtet, gekreuzigt und verbrannt wurden. Und schuldig. Wohl kaum. Der Wegzug in die Wildnis Jutas ist beendet. Er ist auf dem Weg zurück. Wenn er eintrifft, ist ihre letzte Stunde gekommen. Er wurde nie im Kampf geschlagen. Vierzehn Stämme legten ihm ihre Waffen zu Füßen. Weitere fünf wurden ausgelöscht. Caesar rühmt sich, das passende Werkzeug zur Überwindung jedes neuen Hindernisses zu finden. Mit Lanius hat er seinen Hammer gefunden. Legat Lanius, Monster des Ostens. Ein großer Mann. So er denn einer ist. Aber das Ausmaß ihrer moralischen Verderbtheit, ihrer Verkommenheit? Nippten ist das perfekte Schulbeispiel. Wo fange ich da an? Dass Sie schwach sind und wir stark? Das war ja nichts Neues. Wenn Sie weiterziehen, berichten Sie jedem, dem Sie begegnen, von der Lektion, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. Ich war gerade dabei, an dieser Stadt ein Exempel zu statuieren. Eine Lektion zu lehren, wenn man so will. Sieh an, sieh an. Was treibt unser geschätzter Kurier so fern vom Strip? Gäbe es nicht eine Eilzustellung, bei Mr. House auszuliefern? Sieh an, sieh an. Da kommt ja unser geschätzter Kurier. Der Schatten des Ödlands. Der Tod des Mr. House. Interessant. Sie sind doch der verderbte Kurier, der der Legion einige Dienste erwiesen hat. Wie passend, dass Sie sehen, wie ich diese Stadt bestrafe. Denn das ist Ihr Schicksal. Sie werden sterben für Ihre Verbrechen gegen die Legion. Was für eine Überraschung. Ich war gerade fertig hier. Da hätten wir uns ja um ein Haar verfehlt. Gab es noch etwas anderes zu besprechen? Dann sollen Sie jedem, dem Sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. Ich möchte, dass Sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht. Sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann, wenn Sie weiterziehen? Keine Bange. Ich werde Sie nicht ans Kreuz nageln lassen, wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass Sie vorbeischauen. Oh. Ich weiß nicht, ob Sie mich wiedererkennen vom Strip, wo ich Ihnen das Zeichen Caesars gab. Ich trug damals keinen Hundekopf. Dies ist ein Augenblick, von dem ich gehofft hatte, er käme erst in vielen Jahren. Mit Caesars Tod rückt nun Legatlanius an die Spitze. Übrigens interessiert es Sie gewiss, dass der von Ihnen gesuchte Mann den Strip verlassen hat und vermutlich gerade zu Caesars Lager eilt. Ich bin erfreut, dass Caesars Leiden kuriert ist. Der Legat mag ein guter Anführer sein. Doch die Legion braucht Caesars Weisheit. Caesar wartet schon. Mein Herr wünscht Ihre Anwesenheit in seinem Lager am Fortification Hill. Sein Zeichen gewährleistet eine sichere Reise durch unsere Ländereien. Alle Verbrechen, die Sie gegen die Legion begangen haben, sind hiermit vergeben. Caesar wird kein zweites Mal Gnade walten lassen. Die Augen des mächtigen Caesar ruhen auf Ihnen. Er bewundert Ihre Leistungen und verleiht Ihnen das außergewöhnliche Geschenk seines Zeichens. Caesar wartet. Wir können später reden. Gab es noch etwas anderes zu besprechen? Ich vermute, Sie werden der Legion sehr nützlich sein. Vorausgesetzt, Sie sind tatsächlich auf unserer Seite. Mein Herr wünscht Ihre Anwesenheit in seinem Lager am Fortification Hill. Sein Zeichen gewährleistet eine sichere Reise durch unsere Ländereien. Die Augen des mächtigen Caesar ruhen auf Ihnen. Er schätzt Ihre Dienste und verleiht Ihnen das außergewöhnliche Geschenk seines Zeichens. Wale. Aber als Führer der Legion wird Lanius kaum Verwendung für mich haben, fürchte ich. Er bevorzugt direkte Methoden. Lanius hat Caesar treu gedient. Er war sein fähigster Befehlshaber auf dem Schlachtfeld. Man sollte sich freuen, dass man sein Urteil nicht zu fürchten braucht. Wenn man ein getreuer Cäsars ist. Verluste scheut er nicht, solange der Feind größere erleidet. Er ist grob, aber nicht dumm. Er hat eine Nase für Fallen und stellt gern selbst welche. Lanius wild zu nennen wäre ein Untertreibung. In der Schlacht verbeißt er sich in den Feind und lässt nicht mehr los. Wale. Wir sind etwas Besonderes. Einerseits kampfstarke Soldaten, gleichzeitig aber auch geübte Infiltratoren und Spione. Ich bin wohl Pess in Kulta von Caesar's Legion. Ich diene meinem Herrn als Höchster seiner Frumentari. Wenn es sein muss. Ich weiß wirklich nicht, was es da zu überlegen gibt. Gut. Martina frequentiert den Volt 21-Geschenkeladen auf dem Strip. Beeilen Sie sich. Möglicherweise treffen sie sie dann noch lebend an. Irgendwann werden sie mehr Männer hinter ihr herschicken. Aber bis dahin habe ich sicher eine bessere Lösung für das Problem gefunden. Zumindest fürs Erste. Sie wird eine Weile untertauchen müssen, solange die Omertas versuchen herauszufinden, was passiert ist. So kann ich mir die Mühe sparen, eine dauerhaftere Lösung finden zu müssen. Und Martina kann weiter ihrer Tätigkeit nachgehen. Gute Arbeit. Ausgezeichnet. Sie einfach zu töten hätte zur Folge gehabt, dass die Omertas irgendwann einen weiteren Trupp hinter Martina herschicken. Verstehe. War das nur Pech? Oder hat Caesar sich in ihnen getäuscht? Wie auch immer. Es ist passiert. Wie gesagt. Martina Grosbeck ist, wenn auch unwissentlich, eine nützliche Informationsquelle. Die Omertas wollen sie tot. Ich brauche sie lebend. Sollte die RNK das erfahren, wäre natürlich vollkommen klar, wer es ihnen erzählt hat. Ich kenne den Käpt'n gut. Die Zerstörung der RNK Einschienenbahn war sein Werk. Nein, ich benötige die Dienste, die generierte ihres Schlages nicht. Denken Sie daran. Sie sind jetzt verantwortlich für das Geheimnis seiner wahren Loyalität. Wenn die RNK davon erfährt, wissen wir, wie es dazu kam. Ich kenne den Käpt'n gut. Wenn Sie sich nützlich machen wollen, sprechen Sie mit ihm. Der Verbrannte war gefährlich, unberechenbar, und man konnte ihn nicht töten. Er half Caesar beim Aufbau der Legion und führte sie fast ins Verderben. Ah ja, wir dürfen seinen wahren Namen nicht aussprechen. Er war eine Art Schamane, bevor er Caesar traf, ein heiliger Mann aus Utah. Zu Caesar gelang sie über die Cottonwood Cove, südlich von Nelson. Der Cursor Lucullus wird sie erwarten. Der mächtige Caesar hat ihnen sein Zeichen verliehen und garantiert damit sicheres Geleit. Wollte er sie tot sehen, dann wären sie es schon. Gehen Sie zu ihm, und Sie werden es verstehen. Außer dem Dank der Legion? Keine Sorge. Sie werden in Münzen oder Kronkorken entlohnt. Die Umertas, die das Gomorra betreiben, sind wegen Martinas häufiger Besuche schon misstrauisch. Bald werden sie ihr selbst einen Besuch abstatten. Es gibt da eine Spielerin, Martina Grosbeck. Sie versteht es, Leuten ihre Geheimnisse zu entlocken, und überlässt die Informationen anderen für Geld. Ich erledige so etwas lieber durch Mittelspersonen wie Sie. Ich bin der fähigste Frumentarius Caesars. Es war keine Herausforderung, sie zu finden. Und es ist auch nicht mein erster Besuch hier auf dem Strip. Es gibt wenig, was Caesars Legion entgeht. Wir wissen sehr viel über den Strip von Vegas und über das Kommen und Gehen derer, die ihn frequentieren. Granate! Bei Caesar. Sie legen es ja richtig darauf an. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ich habe etwas gehört.